In diesem Video beantworten wir Ihnen die fünf häufigsten Fragen zur Cyberknife-Behandlung des Prostatakarzinoms. Erstens, ist mein Prostatakarzinom für eine Cyberknife-Behandlung geeignet? Prostatakarzinome mit einem Gleason-Score 6 oder 7, einem PSA-Wert bis 20 und einer auf die Kapsel beschränkten Erkrankung eignen sich prinzipiell. Zweitens, was ist der Unterschied zur herkömmlichen Bestrahlung? Bei der herkömmlichen Bestrahlung wird typischerweise in 6 bis 8 Wochen behandelt. Da Cyberknife genauer ist und die Prostatabewegung während der Behandlung machkorrigiert wird, sind nur fünf Sitzungen erforderlich mit geringerer Belastung von Darm- und Harnblase. Hier sehen Sie die sehr gute Dosisverteilung der Cyberknife-Behandlung mit minimaler Belastung des Darms und der Harnblase und das Ganze unter konstantem Roboter-Tracking. Kommen wir zur dritten Frage, was sind die Nebenwirkungen der Cyberknife-Behandlung? Die meisten Patienten haben zwei bis drei Wochen nach der Behandlung ein häufigeres Wasserlassen und möglicherweise auch Brennen beim Wasserlassen. Nebenwirkungen am Darm sind äußerst selten, auch kann die Potenz in den meisten Fällen erhalten bleiben. Eine aktuelle Studie, die eine operative Behandlung mit einer Cyberknife-Therapie beim Prostatakarzinom verglichen hat, kam zu dem Ergebnis, dass nach einem Jahr in 50% der Fälle in der operativen Gruppe eine Einlage in der Hose erforderlich war. Bei der Cyberknife-Gruppe waren es lediglich 4% der behandelten Patienten. Dieses kurze Video zeigt die Funktionsweise des Cyberknife-Systems in unserem Behandlungsraum in München. Kommen wir zur vierten Frage, wie hoch sind die Erfolgschancen einer Cyberknife-Therapie? Der Erfolg der Behandlung hinkt im Wesentlichen von dem histologisch Grad des Tumors ab. Bei den von uns ausgewählten Fällen kann mit einer Erfolgsrate von ca. 90% gerechnet werden mit dem Erhalt einer sehr guten Lebensqualität und vergleichsweise geringen Nebenwirkungen. Die letzte Frage bezieht sich auf die Kostenübernahme der Krankenkasse. Mit vielen Krankenkassen wie z.B. der AOK Bayern oder auch den meisten privaten Krankenkassen haben wir direkte Verträge abgeschlossen, worüber die Cyberknife-Behandlung problemlos abgerechnet werden kann. In Einzelfällen müssen entsprechende Kostenübernahmeanträge an die Krankenkasse geschickt werden, falls keinen direkten vertraglichen Vereinbarungen bestehen. In dieser Situation bekommen Sie natürlich volle Unterstützung von unserem Zentrum. Für weitere Fragen richten Sie sich bitte direkt an unser Zentrum unter 0894523360. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an einer Cyberknife-Therapie in München und freuen uns, Sie gegebenenfalls in naher Zukunft persönlich begrüßen zu dürfen. Ihr Team vom ERCM München Großhadern Ich habe jetzt noch eine Cyberknife-Therapie in München. Vielen Dank.